Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Europa Barbarorum 2. Ja, wir haben das letzte Mal ein paar kleine Diplomaten-Schwierigkeiten. Also zum Beispiel die Seleukiten wollten einfach kein Frieden mit uns. Wir konnten ihnen kein Geld geben aus der Bestechung. Und die da, die Ayastans, die wollten nicht, dass sie uns unterstützen beim Krieg gegen die Seleukiten. So, ja, also der Part ist, äh, die Runde ist fertig. Und in der nächsten Runde wird's Ektrik mit den Seleukiten. Wenn sie uns, ah, die wollen jetzt dort angreifen, scheinbar. Also, ich möchte sie am liebsten, möchte ich sie teilen. Also, das Reich von den Seleukiten ist relativ lang. Also von, ähm, hier, die Sumpf, äh, hier, relativ lang. Und, ähm, ja, ich möchte das nicht immer hören. Ich möchte es einfach nicht hören, oder? Also, Hase. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Okay, ist hier kein Reich. Da sind die Rebellen. Ja, ja. Okay, da sind die Rebellen. Ähm, da sind die anderen. Die wollen... Ich will sich hier, hier wahrscheinlich... Was bringt ihnen gar nichts? Ja, bis... Ah, die wollen hier angreifen. Scheinbar wollen die hier angreifen. Ich befestige hier meine Position. Nein, kein... Ding. So viel Geld möchte ich sich das geben. Und zweiter... Äh, jetzt geht's los. Gut. Jetzt haben wir schon viel mehr gewinnen. Ein würdend... Ausländischer Würden trägt. Das Einzeige für das Bestes Handel. Das ist der Ding. Der, äh, Diplomat... Keine... Ja, wir müssen jetzt kurz hier hoch. Die haben relativ viele Einheiten. Wenn die das hier angreifen, dann sind wir im Arsch. Diplomat... Wir machen nur einen Diplomat. Hm. Ja. Ja. Also Harikarnassos. Das ist diese Stadt, ja. Nee. Also die haben alle, ähm... Felder gebaut. Das war die Stadt, die da nicht so gescheites Zeug sind. Ja. Felder des Spiels. Ja, dann machen wir doch dort etwas. Sobald die Stadt ein bisschen besser verteidigt wird. Wenn ein Arfen würde sich dann... Ich mach jetzt den Druck. So, ähm... Alles gebühlt nebude ab. Ok, gut. So. Raus. Und hier der Erbe wahrscheinlich. Loyalität ist nicht gut. Kommando Loyalität, ja. Ich nehme den mit Loyalität, ja dann. Es hat lieber ein bisschen Bürokratie noch. Ich nehme hier ein wenig. Hier eine, hier eine. Noch eine. So. Oder den da. Ja, wir haben schon zu viel. Den da. 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 So, weil wir hier nicht ankommen. Glauben wir doch nicht. Ja. Ha. Die müssen wir gar nicht stehen, weil die gar nicht besetzt waren. Wir sind im Krieg. Ich graufe sie an. Natürlich gehen die Ziegen runter. Das ist ja ganz klar. Aber wenn sie die ganze Zeit schon angreifen, muss ich sie auch angreifen. Ah, genau. Hier war das mit dem Schrein. Pta. Ich will überall Pta. Ich weiß, ich kenn den Gott nicht. Aber... Er müsste eigentlich der beste sein, weil er ja Kriegsgott ist. So. 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 Bitte noch. So." Okay. Ich weiß ja nicht, ob das nicht lohnt dass ich jetzt hier auch habe. Ja, die haben gleich stattfinden, die kommen rund, also die fliehen sogar, haben die, mal kurz die von mir, die schon Gängel haben, die kriegen uns, und die sind, da muss ich kurz schauen, was die für Probleme haben, Produktion, da hatte ich aber auch keine Produktion, die haben ein Gebiet, die haben zwei Gebiete verloren, an die Rebellen, also sind die rebelliert, komisch, und die Finanzen gehen mir auch rund, jetzt möchte ich noch schauen, was die anderen haben, das ist, da ist doch, was, da sind wir bei Null, was ist das für ein, Doch, die haben, die haben Nullbevölkerung, das geht doch irgendwie gar nicht, gesamt, wieso haben die Nullbevölkerung, wahrscheinlich, weil sie immer Drucken aussehen, Okay, wenn sie gar nichts Schlimmes sind, dann habe ich natürlich keinen Druck, also wirklich ein Zugverfolg, also, vom Schwierigkeitsgrad her, und so richtig gut, und nicht die, so, wieso habe ich jetzt zwei hier, eigentlich wollte ich ja den nicht, ja, ja, das sind Rebellen, ja, das ist gut, die greifen uns nicht an, wenn wir hier in seinem Gebiet drin sind, ja, ich möchte am liebsten die einnehmen, ob die ist, die Verlust, nur Verlustreich einzunehmen, also wir, ja, eigentlich müsste hier noch eine Stadt sein, ich möchte nach oben, hier noch gehen, okay, ähm, da kann man noch warten, hier ist nämlich niemand da unten, weil wir irgendwie Probleme haben könnten, und zuschauen, ja, hier könnten wir noch aufkommen, so, auch zuerst mal, gleich kommen, und, nächste Runde, diese Folge mache ich ein bisschen länger, weil die Folge nicht so lange gewesen ist, ja, ich brauche eben eine Uhr, damit ich recht gut schauen kann, wenn eine halbe Stunde vorbei ist, so, und es habe kein Geld bekommen, gewonnen mit den Einheiten, die ich ausbilden, so, nächster Plan, ich möchte die rausnehmen, wieso kommen hier immer wie mehr Familienmitglieder, ich möchte den hier, mit dem hier, die zwei nehme ich jetzt mit, ja, ja, Loyalität, wieso habe ich plötzlich Familienmitglieder hier, versteht, also ich, verstehe so manche Erneuerungen nicht, irgendwie, gehen die mit, sind aber echt sichtbar, gehen die mit, damit sie in ein anderes Land kommen, und dann bauen sie dort irgendwas auf, in den nächsten Stadt, oder so, aber ich muss ihn mitnehmen, sonst, ja, sonst habe ich kein Problem, okay, ich greife jetzt dieses an, weil, die ist viel, dringend im Hafen, hier auch kein Hafen, und die Leerwüste und so, ja, Leute, Reisen hier, so, Bellen, okay, altes Merkmalgefolge vergrössert sich, hetere Hebrainkross, gehört ich schon so, was ist das da, und, Seide, Seide ist die, ja, Was, was wird das mit? Zeige euch jetzt, einen, Krieg, also, Schlagkarte, die nächsten werde ich auch, ein bisschen überspringen, weil die ist ja, ja, lange down. Ich könnte mir vorstellen, so ein, ähm, König von einem anderen, den Reich, hat so viel Leben, der ist irgendwie in 10 Minuten, ja, in einer Minute, 10 Sekunden, nicht durch, 10 Minuten, ziemlich so super. So, vorbei. Oh, schön. Ist schön, aber es legt aber ein bisschen. Zu viele Einheiten oder was? Ähm, ja, es ist, ja, nicht ganz so leg. 22 FPS. Ähm, diese, ja, länger ziehen soll ich sie nicht so, sehr lange Sperre. auf der andere Seite. Auf der andere Seite. das war so groß. So. Na, was macht die da vorne? Die kommen? Haben die nicht Angst? Nein. Das wird wieder ein Safe-Small-Commando von denen. Okay, ich mache jetzt einfach alles leer. mit den Vogelschützen und Steinschältern. Die werden dann einfach in den Nahkampf noch werfen. Die Sperreinheiten, eigentlich. Ähm, die haben überhaupt noch die Geld. So, was haben die für einen Sperrwerf wahrscheinlich. Okay, und recht schweres, gross. Und hier, die sind so Alexander, also die, die sind sehr gut Alexander eigentlich nachgemacht, weil sie, äh, Gepardenfehl haben. Okay, jetzt geht's auch wieder ein bisschen flüssiger. Aber nur bei mir, wegen den vielen Einheiten, ist es ein bisschen flüssiger. also, jetzt geht's wieder auf fünf, ich bin schon gut. Okay, einer schiesst schon, und das ist nicht mit dem langen Stecken auf. Steinschleudern. Aha, zwei sind tot. Ja, zwei sind tot. Ja, zwei sind tot. zwei sind tot. dass sie auch. Ja, jetzt sind die Flügel. zwei sind tot. Ja, zwei sind tot. Ja, zwei sind tot. Ja, zwei sind tot. Was mir nachgefällt, sind die Pferde, die sind beim Anstrumpen nicht mehr so stark, aber ja, halbenswitzig. Wie weit geht ihr da? zwei mal in die Pferde, dass man schlechte Pferde schätzt. Boah, wieso bewegt ihr euch nicht? Ja, jetzt müsst ihr bewegen, genau, sehr schön. So, ich freue mich auf ein neues Toten Tor, wo die Einheiten endlich mal richtig sich bewegen, also, wenn man sagt, dreht euch, dass sie sich hafdrehen, weil, manchmal, hier bei mir die über zwei, drehen sie sich dann nicht, dann sind sie länglich, so lang gezogen oder so, und dann gehen sie zu den Einheiten und, ich weiss nicht, spiesseln sie auf, oder wie sollte man das nennen? So einfach Breitling, dorthin gehen, oder, die zu lange braucht, und so. So ein Dreh. Da ist vielleicht der Bülker. Das ist relativ, ähm, leise. Das ist schon besser. So, wenn dann, der, der Ding endlich beginnt, so. So. Du musst so, ja. Ja. Und so. Oh, ich glaube, du kannst jetzt schon seit. Haben die Späre. Haben die Späre. Haben die Späre? Ich habe die Einheit nicht so gerne mit dem Nachbarn gesperrt. Bei Rom 1 haben die recht gut, also da die nicht mehr als die Einheit. Die Einheiten sind nicht so schön. Wenn wir den Nemos in der Hauptspiel spielen. Boah, ein Anzerteile. Das ist nur 2. Ich habe mich nicht interessiert. Wie ich sehe, hat sich zu viel geändert. Das ist auch so sozialistisch. Manche Sachen direkt nicht viel Spaß gemacht haben. Das ist hier jetzt alles geändert worden. In einer Stadt muss man einfach zu grün machen. Und jetzt muss man sich die ganze Seite entscheiden, welches Gebäude man bauen muss. Das ist so sozialistisch. Das ist ein bisschen besser. Aber trotzdem ist Rom 2 recht gut. In der Zwischen hier gibt es keine Besserung. Oder könnte ein gutes EZ-Taktik-Spiel sein. Das ist ein bisschen besser. Ich weiß nicht, wie ich hier nicht mehr mache. Ich habe einen anderen D-Taktik-Spiel. Jetzt ist die Schwerg ab. Ich habe einen D-Taktik-Spiel. Das ist die Schwerg. Ich habe einen D-Taktik-Spiel. Ich habe einen D-Taktik. Ich bin damit in der Hand. Ich bin damit in der Hand. Was? Mach doch hier am besten ein bisschen... ...neite, genau... Undeleunde... Ja, ihr habt doch keine Munition. Geht, jetzt greift er an. Ha, ich weiß nicht. Ja, ich sehe jetzt, dass es schon recht viel anhanden ist. Das ist geil. Das ist wirklich... Die haben auch... die wir nicht sehen haben ok schnell schnell 11 zu die wir haben jetzt keinen Umfeld in der Diderfusierung die Diderfusierung die Diderfusierung ist meine die Diderfusierung ist mir leid die Diderfusierung ni d n n na n o right meine sind schnell meine kommen schnell Oh, ich finde es so geil, dass es schnell ist. Okay, jetzt muss ich langsam, sonst bleibt es zu mir. Ja, wie die Lieder. Die haben so wahnsinnig was von Tragen. Ja, aber ihr könnt doch nicht fliehen. Ich werde euch nicht ausprobieren. Ich werde euch nicht ausprobieren. Ich muss den nicht ausprobieren. Was ist die Peri? Das Waffe ist schön. Ist der Adlerpahl? Ist es fertig? Klar, der Sieg. Wieso nicht? Ich hätte zwar einen heroistischen Sieg, aber wahrscheinlich wegen dem Verlust. Ja. 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 War Band. Wahrscheinlich. Die da. Ja. Ja. Die Fahrlachs haben zwölf Flüssen. Ja. Ist nachher relativ schlecht. Schalten wir die gekonzert sind und so. Ist nichts Besonderes. Ist nicht schlimm, wenn wir ein paar Flüster haben. Ja. Ja. Mal schauen, was jetzt. Was denn? Sie haben wahrscheinlich jetzt auch. Sind sie wahrscheinlich noch ein bisschen böse auf uns? Ja. Ist mir egal. Ich will mindestens einen Krieg gefahren. Oh, Lösegeld. Ich werde Lösegeld verlangen, weil ich bin nicht gut auf sie zu sprechen. Die haben meine Stadt Seide bedroht. Okay. Danke fürs Geld. Hätte ich jetzt nicht getan. Ja. Natürlich. Ich bin sicher getroffen. Ja. Ich sehe mich auch sehr schwach. Ja. Und da möchte ich ja hin. Hier kamen übrigens... Das ist in diesem Mod. Anders kamen auch Leute aus der Region, also aus der Stadt und so. Mit erhöhtem Kreis anhören. Aber wir brauchen eigentlich hier nichts. Greta A. Was? Wir können Greta Popenschützen erstellen. Zwar nur für Einkampf 3. Und dafür besser verteidigen. Aber Hoppen hat kostet zu viel. Ja, da lohnt sich überhaupt nicht diese Belastungstümmel zu bauen, außer ihr seid nicht im Zugzwang. Also ich bin im Rampelgedesen, die nach einer Runde fährt und die andere nach zwei. Also das tut gut. Könnten wir hier noch eins machen. Aber... Schule bringt irgendwie gar nichts. Nein, nein, nein. Ich brauche Geld für Einheiten. Ich würde jetzt nichts machen. Nein, nein, die werde ich auch nicht vorbilden. Weil die werden dann nur aufgefischt kosten. Ein Typ. Einen Spion hätte ich jetzt auch nicht gemacht. Wenn wir... Auch wenn ich gespannt bin, was die da oben planen. Im zölökischen Reich. So, jetzt guck mal. Also... Irgendwie haben die wenige Einheiten. Ah, die sind halt nach rechts, glaube ich. Ich möchte hier schauen, wo denn die Stadt ist. Von den Rebellen, weil ich möchte gerne die Stadt von den Rebellen holen. So, ähm... Das Schiff. Ja, also. Nächste Art Angriff auf Antioch hier. Und das kennt ihr wahrscheinlich auch. Ja, ich bin gespannt, wie wir die Zölökiken fernhalten können. Und... Ich bin gespannt, was mit den Zölökiken passiert. Also, wir sehen hier wahrscheinlich noch nicht... Ja, noch nicht, dass sie runterkommen gehen. Aber sie werden wahrscheinlich bald runtergehen. Ja. Also, Monta ist noch nicht so zu fürchten. Es wird wahrscheinlich nicht schwerer. Bei einem grossen Feind. Ja, bei einem stärkeren Feind. Bei einem grossen Feind. Bei einem grossen Feind. Aber bei einem grossen Feind. Dann schon ein bisschen mehr so... Ja, ein bisschen mehr Kunst von mir. Nötig damit, wenn wir da sind. Also, ja. Eben, wir spielen auch vielleicht den ersten... Den, dass ich in die Einheiten angehe. Von ihm gehen auch nicht so stark. Aber trotzdem, schon Respekt. Also, es ist ein guter, knackiger. Ich bin gespannt, was auf dem Kopf geht. Bis denn. Und Schluss. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.